Und ich wollte eigentlich eine riesige Artischocker als Brautstrauß. War nicht die Saison. Ist mir dann aufgefallen. Naja, wurscht. Meinte ich, Mädels, wir gehen jetzt in diese Olivenhaine. Ich hole mir ganz viele Olivenblätter. So what? Sieh das, was du hast. Sieh nicht das, was du nicht hast. Und deswegen war es der schönste Tag, weil man sich da auch nicht so ernst nehmen muss.